Herzlich Willkommen bei Klaro und Loddy. Jeder hat eine eigene Schüssel. Eine eigene Schüssel? Jetzt haben wir zwei. Zwei Gleis. Es mal Lori, wo schaust du denn hin? Falsch. Was wird denn jetzt das sein? Klaro, was wartest du? Unsere Lori sorgt immer für Chaos. Lori. Falsch. Sio, Falsch. 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 Kleiner Spaßbord. So, es war die Gleis mit dem Züge. Siebus Gleis, ich hab zwei. Ich hoffe euch, dass es Spaß tut. Das war's für heute.